Wir sitzen im Café Funkegg in der Rotenbaum Chaussee mit Peter Urban. Dr. Peter Urban. Ja, er hat ja eigentlich recht, aber okay, man nutzt es ja nicht immer. Ich bin aber kein Arzt. Ach, tatsächlich, also ich kann mich nicht fragen, was mir fehlt. Sondern? Angliste über angloamerikanische Popmusik habe ich promoviert. Das war in der Zeit von 73 bis 77 habe ich es geschrieben. Also es ging Popmusik vom 16. Jahrhundert bis in die letzte Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die hatten Popmusik im 16. Jahrhundert? Natürlich Volksballaden. Da gab es überall Enkelsänger und Leute, die irgendwelche Songs gesungen haben. Es war kein Unterschied zu heute. Ach, wie schön. Wieder was gelernt. Wissenschaftlich. Peter Urban bei Talk Dutch. Wir freuen uns.